... und gehen Sie kein kleiner Hinweis, was jetzt von rechts in Richtung Ziel nach links fährt, das ist Rennen 71. Das ist Union 2 ohne, weil das das Blau-Root der WSV-Hofenbach-Bürtt, mit dem Gelben-Boot auf Bahn 2, das ist der Offenbacher-Root-Hofenbacher-Root-Gesellschaft in Diener 1876, und das ist hier unten in dem Hoch-Boot der Ruder-Gesellschaft Wiesbaden. Auf geht's, Nikita! Komm, Pall! Auf geht's, Gepall! Auf Pall! Wir sollen nochmal an der Brüche hängenbleiben und alles ist vorbei, das haben wir hier schon öfter gehabt. Hier liegt in Führung das Kulte der Stadt Nummer 2, das sind die Ruder-Kameraden Paul Ebert und Nikita, Ablicht von der Offenbacher-Root-Gesellschaft und Diener 1876, und die Wiesbaden haben keine Schocken. Jetzt geht's in die andere Richtung, jetzt bleiben sie an der anderen Seite hängen. Sieht gut aus. Die haben gar keine Zeit zum Siegerehrung, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Wow!